Ja, der Roland, der ist halt schon mit beiden Beinen vom Boden geblieben und so ein anständiger, braver. Er ist nämlich auch so. Wir hoffen, wir können weiterhin mitmischeln, auch wenn es nicht immer der Zeiss wird sein. Da hat es mir immer wehtun. Die Deutschen haben immer wieder gesagt, ach, was willst du mit den alten Säcken? Also so hat man, manchmal hat man gekriegt, oder? Aber du gerade als Spezialist und als Chef oder Plattfirma dann zumal in der Schweiz mit Koch weisst, was es alles braucht, damit man überhaupt ganz weit vorne kann sein. 1. 10.